Die Süßkartoffel war nicht mein einziger Versuch in dem Gartenjahr, die ich in einem Kübel kultiviert habe, sondern auch hier die Pflanze hier, den Kurkuma, und den möchte ich heute auch mit euch gerne ernten und schauen, welche Knollen sich dabei gebildet haben. Gut, dann fangen wir einfach mal an, die Knolle abzuernten. Ich werde das jetzt hier einfach im Gewächshaus machen, weil ich hier sowieso jetzt die nächsten Tage die Beete vorbereiten werde und das Laub und die Erde kann ja dann hier in die Düngung mit rein. Ich habe jetzt hier schon eine kleine Knolle ernten dürfen, die war jetzt ganz oben an der Oberfläche. Also Kurkuma ist halt so ähnlich wie Ingwer, wahrscheinlich werden Ingwer viel mehr Leute kennen, ist halt so eine, ja, auch so eine Knolle, braucht genauso lange Kulturzeit, normalerweise 10 Monate und die habe ich von einem Freund hier, also der regionale Urproduzent, von dem erzähle ich ja ab und zu mal, der mir die Fläche vermittelt hat, der hat halt von, ja, der hat halt Bio-Ingwer zum Keimen gebracht und ich habe halt von ihm jetzt den Samen genommen, beziehungsweise nicht den Samen, sondern einfach so eine Jungpflanze von ihm bekommen im Februar, habe die jetzt den ganzen Sommer draußen stehen lassen, mögen es warm, aber nicht in der vollen Sonne, Ingwer oder Kurkuma. Also Ingwer habe ich zum Beispiel in Costa Rica auf der Farm wurde das angebaut und da war es halt im Halbschatten, hat sogar angefangen zu blühen und wie gesagt, es braucht eine recht lange Kulturzeit, kann man dann nochmal ins Gewächshaus oder so tun, habe ich jetzt auch gemacht, könnte man vielleicht noch ein bisschen länger warten. Die Wurzeln schauen auch recht interessant aus, ja, ein bisschen zeigen, die untersten Wurzeln hier und dann schauen wir mal, was wir hier so alles finden, ob hier überhaupt irgendwas ist, also momentan eher weniger, also anscheinend böhen sich hier unten, die Knollen, bis jetzt noch nichts, aber riechen tut es schon nach Kurkuma. Ah, das sind so ganz, ganz kleine Knöllchen, die sich hier so gebildet haben, also ich glaube die Ernte der Pflanze ist vielleicht der Topf nicht ganz groß gewesen, oder? Ah doch, hier haben wir was. Also wenn man hier ein bisschen die Wurzeln sauer macht, dann hat man so ein bisschen ganz kleine Austriebe, also hier habe ich jetzt ein bisschen was, ist jetzt nicht die Welt, aber so als ersten Versuch, ja, so als ersten Versuch kann man das ja machen, achten. 3 2 3 5 4 5 6 So, das sind jetzt die Kurkuma-Wurzeln, sonst einige wenige, hatte ich mir vielleicht ein bisschen größer vorgestellt oder mehr erwartet, aber das ist jetzt eben so. Aber hier kann man schon ein bisschen an den Wunden erkennen, das ist halt so, die Wurzel ist halt so orangenfarben und die riecht wirklich nach Kurkuma, richtig intensiv, kommt ja, glaube ich, wird in Indien sehr, sehr gerne genutzt, könnte man auch aus Curry, da ist es auch ein Zuteil, also Curry ist ja deswegen orange und das ist jetzt zum Beispiel eine größere, größere Wurzel. Und ja, viele Leute nutzen halt auch Kurkuma, ja, aus ihrer Sicht als Heilmittel zum Beispiel. Für mich ist es einfach, ja, ich nutze es eigentlich eher weniger. Ich habe es jetzt einfach wieder für andere Leute angebaut, die es halt gerne nutzen und einfach als Selbstversuch, weil für mich sind sowas wie Knoblauch, Kurkuma, Ingwer, das sind einfach nur natürliche Pestizide oder irgendwie so einfach, damit halt, damit andere Pflanzen geschützt werden von Insekten oder sowas. Weil, ja, habe ich schon öfters erzählt, aufgrund meiner Essverhalten oder Essgewohnheit ertrage ich halt nicht mehr so, so viele Wurzeln oder so scharfe Sachen. Da bin ich schon ein bisschen zu empfindlich geworden, aber ja, ist nicht schlimm. Teste einfach aus und ich baue ja sowieso nicht immer so, ja, für mich selber an, weil sonst würde ich nur Gurken und Tomaten anbauen, sondern ein Prinzip der Permakultur ist natürlich auch, ja, so anzubauen, beziehungsweise auch für andere Leute anzubauen. So, in diesem Sinne, wieder so ein kleines Video von meinem Selbstversuch. Ist halt, ja, kleiner Spaß halt jetzt die eine Kurkuma-Pflanze, weil ich vielleicht nächstes Jahr einen größeren Topf nehme und dann schaue ich mal, wie es dann nächstes Jahr so ausschauen wird. Und ich habe auch schon wieder ein paar neue Stecklinge oder Wurzeln im Bioladen gekauft und habe sie auch schon jetzt zum Keimen oder versuche sie gerade zum Keimen zu bringen. Und da schaue ich dann mal, wie es dann so wird. Aber sonst bedanke ich mich vielmals, dass ihr eingeschaltet habt. Gerne könnt ihr dem Video auch einen Daumen nach oben geben und auch einen Kommentar hinterlassen. Zum Beispiel, ob ihr schon mal Kurkuma oder auch Ingwer angebaut habt, die Kulturen sind ja sehr ähnlich. Und sonst freue ich mich natürlich auch, wenn ihr den Freunden, Bekannten und Familie von mir und meinem Projekt erzählt, damit halt immer mehr Leute auf mich aufmerksam werden, damit ich weiterhin das Projekt fortführen kann. Und natürlich findet ihr auch Unterstützungsmöglichkeiten unten in der Videobeschreibung, nicht auf der Videobeschreibung und natürlich auf meiner Webseite. In diesem Sinne vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im PEACE-Projekt. Bis dahin, ciao! Bis dahin, ciao! Tschüss! catch Vielen Dank.